Und damit ein herzliches Willkommen, meine lieben Damen und Herren, zu einer weiteren Folge Feed the Beast Monsters. Ja, willkommen zurück. Heute geht es hier um unser kleines Gewächshaus, wo wir sozusagen die ganzen Magical Crops pflanzen, anpflanzen wollen. Und, ah ne, da war ja hier. Die Kiste hier beinhaltet sozusagen alle möglichen Sachen, die wir schon gebaut hatten und die wir auch weiterhin nutzen werden natürlich. Und ich muss aber erstmal ganz kurz vorerst hier eben schnell etwas aufräumen, dementsprechend einfach mal hier alles eben ins System rein. Und, ähm, eine andere Sache, die wir machen werden müssen, ist, ähm, und zwar, ey, wir brauchen noch mehr Stromkabel definitiv, also Conduits, denn wir müssen da ja noch eine ganze Ecke etwas hinlegen. Und ich hatte vorhin schon geguckt, Ende I.O., wir brauchen wieder für Vibrant Alloy, weil wir wollen das gute Kabel dann natürlich hinlegen. Und für Vibrant Alloy brauchen wir Energetic Alloy und wenn wir mal reingucken, wir haben noch etwas über vom letzten Mal, das haben wir nicht ganz durchgearbeitet. Hier ist übrigens noch die Conduits, die kann ich auch schon mal mit rausnehmen. Ähm, das heißt, die können wir schon mal benutzen. Und, äh, was wir auch brauchen, sind weitere ME Conduits. So, und davon brauche ich dann noch eine ganze Menge. Das reicht definitiv nicht. Dann machen wir hier noch ein bisschen was von. Und dann machen wir noch ein paar mehr. 32, das sollte definitiv reichen. Jetzt haben wir aber keinen Fluix, das mehr, was wir auch noch gleich brauchen werden. Dann nehme ich mir noch ein bisschen Netherquartz mit und lasse das auch noch gleich ganz kurz durch den, ähm, Polarizer laufen. Gut, aber für die Energetic Alloy brauchen wir, ähm, Enderperlen. Und die verdoppeln wir uns mal ganz kurz eben hier ein wenig. So, das einmal so machen. Das einmal hier reinlegen. Die einmal so hinlegen. Und dann einmal ganz kurz alle Enderperlen hier rausnehmen. Aber so einmal. Und dann machen wir den ganzen Schritt hier einfach nochmal. Wir haben es ja momentan hier mit dem, äh, mit dem Memory Cry, also von da aus ist das alles kein Problem. So, das sollte eigentlich erstmal wieder reichen an Enderperlen. Dann nehmen wir uns einen, äh, einmal 16 mit, weil mehr passen da hinten ja eh nicht erstmal rein. Und dann werden wir gleich nochmal, äh, 14 dann einfach nachlegen. So, die können schon mal arbeiten, genauso wie der Pulverizer hier erstmal arbeiten kann. So, sonst brauche ich da hinten erstmal nicht machen. Und dann können wir theoretisch mit dem ME Conduits, da können wir schon mal anfangen. Und theoretisch sozusagen diese Strecke hier hinten entlang bis zum Planter, der sozusagen da, äh, hinkommen wird, schon mal verlegen. Gut, fangen wir doch einfach mal direkt damit an. Und legen dann sozusagen unser ME Conduit hier dann aus. Immer schön hier, wie gesagt, mittig bleiben. Und das Ganze bis hier einmal. Das heißt, hier kommt dann ein Zwischenschritt. Das heißt also ein, äh, ein Exporter. Ich schätze mal ein Fuzzy. Und dann müssen wir noch, ich merke gerade, ich muss hier theoretisch noch einen weiter reinbauen. Äh, denn wir müssen noch in diese Richtung. Korrekt. Ich gehe davon aus. So, und zwar müssen wir jetzt noch hier rüber. Dann müssen wir uns gleich mal ein bisschen orientieren. Wie weit wir da dann schon sind. Das sieht eigentlich sehr gut aus. Ah, der wird hier drunter liegen. Okay, das heißt, da kann ich es dann schon mal wieder zumachen an dieser Stelle. Wir brauchen bloß bis hier hin gehen, weil da wird der Harvester dann stehen. Ähm, und den werden wir dann sozusagen mit einem ME Interface alle Items, die darüber kommen, sozusagen wieder rausnehmen. Das heißt, hier hin müssen wir auch noch ein ME-Kabel, äh, verlegen. Jetzt bin ich gerade am überlegen. Ähm, am überlegen zu verlegen. Der Harvester kommt hier oben drauf. Das heißt, das Ding sitzt da. Das heißt, hier muss auch das Kabel dann hin. So, und dann müssen wir theoretisch einmal hoch und das dürfte sich dann gegenseitig dann hier verbinden. Ja, das sieht gut aus. Mit den anderen Conduits laufen wir dann bis hier und gehen dann hier runter und laufen dann so und dann dort hoch. Ah, das könnte noch ein bisschen problematisch werden, merke ich gerade. Wobei auch nicht allzu sehr problematisch, weil wir müssen ja auch noch Stromkabel hochbringen. Dann werden wir das Stromkabel wahrscheinlich an dieser Seite hochbringen. Okay. Alles klar. Gut, was brauchen wir jetzt als nächstes? Als nächstes, ähm, kommen natürlich die Seeds. Die brauchen wir zum einen. Das ist keine Seed. Das sind natürlich die ganzen Seeds. Dann, ähm, werde ich hier den Fertilized Dirt auf jeden Fall auch auspacken. Und Aqueous Accumulator, Sprinkler und Planter. Das sind auf jeden Fall die Sachen, die wir brauchen. So, dann können wir jetzt hier schon mal ein bisschen anfangen, mal das ganze Gras hier schon mal auszubauen. Und zu Fertilized Dirt umzubauen. Gut, äh, jetzt haben wir natürlich hier ein kleines Problem. Einen Augenblick. Naja gut, das heißt ein kleines Problem. Aber wir müssen das eben hier mal ganz kurz ein wenig anders machen. Denn wir müssen ja erstmal den Planter hier noch einrichten. Der muss an diese Stelle. Genau dort muss er hin. Und der muss eh weg. Schwupps. Da kommt nämlich das Stromkabel hoch. Und, beziehungsweise, nee, ich glaube, ich mache das Interface hier hin. Das kommt, glaube ich, ein bisschen besser. Dann können wir das Stromkabel von hier machen. Ja, ich glaube, das ist, glaube ich, die bessere Lösung. Beziehungsweise das, was nachher schöner aussieht. Das kann ich hier natürlich nicht hoch, weil ich mir das hier selbst wieder zugebaut habe. Aber dann machen wir das ganz kurz einmal hier. Und machen da sozusagen ganz kurz eben den Umbruch. Damit wir hier von oben auch ein bisschen gucken können. Also, was brauchen wir sonst noch? Ein Accus Accumulator, habe ich gesagt. Und darauf, der Sprinkler, der sitzt aber schon richtig wunderbar. Und der fängt dann auch schön an zu arbeiten. Und der läuft auch wunderbar bis genau hier hin wahrscheinlich. Ja, das sieht sehr gut aus. Und auch hier passt das eigentlich wunderbar. Gut. Das heißt, da haben wir jetzt den Planter. Den müssen wir jetzt noch anschließen. Nämlich folgendermaßen mit einem... Jetzt, warum haben wir es denn? Wir brauchen erstmal... Na, na, das wollte ich jetzt nicht. Wir brauchen jetzt erstmal Applied Energistics. Jetzt habe ich hier ein bisschen was ausgeschaltet. Aber es ändert sich gleich eh wieder zurück. So, wir brauchen Applied Energistics. Und zwar will ich ein... Wollen wir es denn? Fuzzy Export. Den hier. Den will ich ganz gerne bauen. Dafür brauchen wir erstmal ein Basic. Und dafür brauchen wir ein paar andere Sachen. Aber das ist jetzt nicht ganz so schwierig. Das haben wir schon tausendmal alles gebaut. Ähm. Wartet. Ich baue das eben schnell ein bisschen anders. Na toll. Wenn ich jetzt das Symbol hier mal eben schnell sehen würde. Da ist es so. Ach, guckt. Seht ihr? Da brauche ich jetzt wieder Fluxdust für. Und gut, dass wir schon ein wenig Nether Quartz dann hoffentlich aufgebraucht haben. Beziehungsweise gebaut haben. Und da könnte ich auch gleich schon mal ganz kurz eben wieder die Enderperlen da hinten einbauen. Enderperlen. Und zwar... Ähm. 14 bräuchten wir dann noch. Die können dann hier hinten wieder rein. Ah, das passt sogar genau. Und dann müsste es auch hier aufgehen. Sehr schön. Sehr schön. Sehr schön. Gut. Ähm. Da müssen wir erstmal das Rezept hier benutzen. So, dann haben wir auch wieder ein wenig Fluxdust. Ähm. So, Basic Export. Das haben wir gemacht. Da sind wir gerade dabei. Einmal den. Dann einmal den. Einmal... Ach, wir haben kein Kabel mehr. Ähm. ME-Cable. Machen wir da auch nochmal 6 Stück von. Jetzt aber einmal diesen Werten herren. Und dann das Ganze. So. Und schon haben wir den Export Bus, den wir benötigen werden. Um die Seeds sozusagen wieder hier rein zu bekommen. Und man sieht, das verbindet sich hier mit dem Enderio Kabel wunderbar. Gut. Und was wir jetzt einfach... Ups. Das natürlich nicht. Was wir jetzt einmal machen ist, wir legen die ganzen Seeds, die wir benötigen. Haben wir noch nicht mehr von gehabt? Ender Seeds. Cold Seeds. Quarz Seeds. Obsidian Seeds. Fehlt hier nicht irgendeine Seed? Ich bin mir jetzt gerade nicht sicher. Ich schaue nochmal ganz kurz eben rein. Ah ja, genau. Nämlich hier die Essence Seed. Ich wollte gerade sagen. Irgendwas fehlt hier doch. Und noch irgendwas? Ne. Sonst war eigentlich alles korrekt. Dann nochmal ganz kurz eben wieder runter. Die Enders, beziehungsweise hier die Essence Seeds hoch. Da nicht rein. Sondern da rein. Legen wir da auch mit dazu. So. Und dann können wir jetzt theoretisch, wenn wir jetzt mal ins ME-System gehen, die Seeds hier sozusagen reinwerfen. Dann müssten sie theoretisch schwupps und voila hier erscheinen im Planter. Wunderbar. Das klappt also. Das heißt, wenn der Harvester hier hinten später die Sachen wieder ins ME-System reinwirkt, dann werden sie automatisch sozusagen in den Planter zurückgelegt. Das ist schon mal sehr, sehr gut. Und wie gesagt, die ganzen anderen, der ganze andere Offspring wird automatisch dann auch ins ME-System gelegt. Wunderbar. Wunderbar. Das klappt doch hier schon mal wie am Schnürchen. Sehr schön. Dann als nächstes könnten wir theoretisch den Harvester aufbauen. Und dafür brauchen wir dann noch ein Interface von Applied Logistics. Wo haben wir es dann? Die Interfaces. Damals. ME-Interface. Selbe Spiel wie gerade eben. Haben wir schon welche von gebaut. So. Ein ME-Interface. Und der Harvester. Wir brauchen natürlich auch noch Upgrades hier für das Ganze. Da kommen wir dann aber gleich zu. So. Einmal hier das Ding. Und dann werde ich hier einmal... Na. Ich wollte hier schon einen Dirt-Block davor setzen. Dann machen wir es einfach so. Dann passt das nämlich auch. So. Da ist der Harvester. Und... Ah nee. Das Ding muss ja einen höher sitzen. Ich wollte gerade sagen. Das passt ja so sonst nicht. Dann... Ach guck. Einen Conduit haben wir auch noch genau. Das passt ja hier hundertprozentig. So. Und dann kommt hier sozusagen das Interface hin. Und der müsste dann theoretisch in das Interface reinlegen. Das Interface automatisch wieder ins ME-System. Und dann kommt es zurück zum... Ähm... Ja. Zum Planter. Sehr schön. Das funktioniert doch wunderbar. Gut. Habe ich sonst noch irgendwas vergessen? Erstmal nicht. Was wir jetzt brauchen ist natürlich Strom. Damit alles auch funktioniert. Da haben wir schon mal 22 von. Da können wir schon mal ein paar von bauen. Äh... Dann gehen wir nochmal ganz kurz eben hier rüber zu Ende. Oh. Damals. Und... Dann wollen wir bauen. Diese werten Herren. Schwupps. Und... Davon haben wir jetzt erstmal 19 Stück. Da kommen wir nicht ganz mit hin. Wie wir sehen, wir haben ja bei den... Ähm... Wie gesagt, der muss einmal hier ran. Dann werden wir das Ganze sozusagen hier rumführen. Dann hier runterführen. Dann läuft er automatisch bei dem hier sowieso vorbei. Dann geht es hier und dann einen hoch dorthin. Okay. Das sollte alles soweit klappen. Habe ich sonst noch irgendwas vergessen? Was wir sonst noch irgendwie anschließen müssten oder anschließen können? Ähm... Die Upgrades. Natürlich. Die Upgrades für den Harvester beziehungsweise für den Planter könnten wir dementsprechend bauen. Dafür bräuchten wir ein paar Sachen. Beziehungsweise können wir erstmal wechseln auf Mine Factory Reloaded. Hauen wir es dann. Ähm... Bin ich jetzt gerade ein bisschen blind? Da haben wir es doch. Mine Factory Reloaded. Da wollte ich hin. Ähm... Wir brauchen Upgrades. Das sind diese Werten, Herren. Und die increasen sozusagen den Radius. So. Der hier ist ja zentral. Das heißt, der hat auch einen zentralen Radius. Arbeitet momentan halt bloß in diesem einer Radius. In diesem Feld. Und dementsprechend müssen wir jetzt zählen, um wie viel wir den Radius sozusagen erweitern müssen. Das wäre einmal hier 1, 2, 3, 4 zu dieser Seite. Und wir hier gucken 1, 2, 3, 4 natürlich auch zu dieser Seite. Ähm... Ne, beziehungsweise 1, 2, 3 nur zu dieser Seite. Es reicht also, wenn wir einen 4er Radius sozusagen upgraden an dieser Stelle. Ja, dementsprechend würde das echt reichen. 4 würde auskommen. Wir können das einfach mal hier ansetzen. Mal sehen, ob er das dann gleich auch harvestet und weglegt. Chilicrop. Die dürften ja auf der Zurück nicht in den, äh... In den Planter kommen. Gut. Ähm... Was wollte ich jetzt noch gucken? Also, das heißt, ein 4er Radius brauchen wir hier. Ah, ja, genau. Und der hier, der, der, ähm, Harvester, der hat ja... Sein Abbaugebiet sieht ja folgendermaßen aus. Das ist jetzt ja hier dieses 3x3 Feld genau vor ihm. Ach, der kann ja gar nicht abbauen, aber ist auch egal. Wenn wir das Upgrade reinlegen, dürfte es ja funktionieren. So, das heißt also, von hier aus gesehen müssen wir dann gucken. Ähm... In diese Richtung wäre es also von hier 1, 2, 3, 4. Die weiteste Entfernung ist aber in diese Richtung, nach oben hin. Das heißt, von hier aus gesehen 1, 2, 3, 3, 4, 5, 6. Nach oben hin müssen wir 6, zu den Seiten hin bloß 4. Das heißt, hier braucht man 6er und, äh, für den da braucht man 4er. Also, ein Upgrade für 4 und ein Upgrade für 6 muss gebaut werden. So, das ist 1, 2, 3, 4. Das wäre das Copper Upgrade. Schwupps. Und 5, 6 wäre das Silver Upgrade. So, das Silver Upgrade, wie gesagt, kommt in den Harvester rein. Und das Copper Upgrade dann dementsprechend in unser, ähm, in unseren Planter. Ach, der dürfte sowieso auch noch nicht funktionieren, weil noch kein Strom da ist. Natürlich nicht, natürlich nicht. Schauen wir mal. Ähm, die Alloys sind fertig. Damit kommen wir definitiv nicht hin. Oh man, oh man. Da müssen wir mal ganz kurz eben gucken. So, Ende I.O. Werden wir nochmal gucken, wie viele Kabel wir da rauskriegen. Aber ich schätze mal, da werde ich noch ein bisschen mehr herstellen müssen. Bis wir da sozusagen an unserem Ziel kommen. Ach, stimmt gar nicht. Uns fehlte einfach nur hier dieser Conduit Binder. Ah, haben wir da noch was von diesen, ähm, Binder an sich? Haben wir hier 7 von denen. Können wir noch ein paar mehr von herstellen. Die müssen dann halt dann noch erstmal... Also haben wir kein Sandmare. Wir haben kein Sand mehr. Haben wir alles Sand aufgebraucht, ne? Ähm, nochmal Sand können wir Merceraten aus Cobblestone, ne? Huge. Das sieht doch gut aus. Können wir auch theoretisch einen Pulverizer aus Cobblestone gewinnen. Dann machen wir das doch mal eben. Dann werfen wir hier ein wenig Sand sozusagen rein. Und in der nächsten Folge werden wir dann folgendermaßen. Einmal hier Pulverizer. Und die können... Die müsst ihr doch eigentlich nicht können. Schmeißen wir das einfach in Furnace-Mode. Und hier haben wir auch noch einen Mercerator. Und dann legen wir hier noch ein bisschen davon rein. Damit hier auch wenigstens die Rosen noch ein wenig vorangehen. Gut. Das hier zusammen reingeworfen. Das reingeworfen. Ähm, das kann da auch mit dazu. Und dann haben wir es erstmal für heute geschafft. Ähm, ja. Sieht eigentlich sehr, sehr gut aus. Also das funktioniert hier schon mal alles. Das heißt, wir brauchen eigentlich bloß noch Strom. Und da sind wir eigentlich schon ready to go. Dann können wir uns noch überlegen, ob wir noch mehr, ähm... Ja, Fertilized Dirt sozusagen hier hinsetzen. Wundert mich, dass die noch nicht so weiter gewachsen sind. Und eventuell haben die Magical Crops Früchte vielleicht sogar Probleme mit dem Fertilized Dirt Ops. Sonst hätten wir es ja auch gar nicht anpflanzen können hier. Wissen wir was? Wir können mal ganz kurz eben... Halt, stopp. Wo ich hier gerade mal so eben stehe. Können wir noch eben ganz kurz... Ach, wo wollen wir denn die Sigil liegen? Richtig gar nicht da. Noch nicht im System da liegt die Sigil doch. So, ich möchte mal einmal was ausprobieren. Ah, da wächst es doch. Ne, es wächst auf jeden Fall. Ähm. Und dann können wir es beim nächsten Mal ausprobieren, wie es dann aussieht. Ob er das Ganze dann auch aberntet. Gut. Also, dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Und bis dahin erst einmal. Ciao, ciao.